Standardisierung heißt, die richtige Herangehensweise beständig anzuwenden. Wir planen und dokumentieren jeden Service- oder Reparatureinsatz genau. So genießen unsere Kunden stets den höchsten Service-Standard. Mittels ASEC, unserer internen Service-Zertifizierung, definieren wir Richtlinien für die Organisation unseres Geschäfts und die Leistung unseres Netzwerks. Alle Servicetechniker durchlaufen dank STEP europaweit dasselbe Ausbildungsprogramm, um Produktexperten zu werden. Standardisierung heißt, dass Experten eine allgemeingültige Herangehensweise entwickelt und definiert haben, nämlich die richtige.